Der Michael hat geschrieben, dass sich doch demnächst die Händler mal ziehen lassen soll. Wir haben nicht so ganz viele Leute und die gehen dann nachher in den Keller, in die hintersten Ecken und holen dann irgendwelche Sachen raus. Und dabei könnte nachher noch jemand sterben und das wäre ja nicht so gut. Da hat er vollkommen recht. Das werden wir dann wohl besser lassen. So, und das nächste, was er gesagt hat, wir sollten mal unten hingehen und noch ein paar Plätze schaffen. Ja, da sind nur noch drei Plätze, vier vielleicht. Aber hier oben ist schon mal abgebaut. Da können wir dann noch ein paar... Ich sag schon. Ein paar Positionen anlegen, weil jemand ist jetzt eine gute Frage. Stopp, der war falsch gesetzt. Einmal verrutscht, nicht aufgepasst. Jetzt hab ich den da sitzen und kriech ihn nicht weg, oder wie? Ja, schade, ne? Close Menü. So. Da geht nicht. Da auch nicht. Da geht. So, dann haben wir auch ein paar Plätze mehr. Da oben können wir auch noch was machen. Zwei gehen noch. Drei. Und da geht auch noch einer hin. Genauso wie dort und dort. Hier wahrscheinlich auch noch ist erstmal egal. Aber... Warum geht der da nicht weg? Wie krieg ich den dann weg? Gute Frage, ne? Täuscht das jetzt nur, oder ist der noch? Ich glaube, der ist da noch, ne? Ja. Gut. Hier sind sie noch am Arbeiten. Machen wir noch ein paar. Machen wir noch ein paar hin. Da geht nicht. So, dann haben wir aber auch gleich genug, ne? Da ist auch noch möglich. So. Jetzt haben wir schon mal ein paar Plätze. Steine werden nur noch abgearbeitet. Das muss erstmal dann reichen, oder? Da wird schon wieder jemand beerdigt. Und genau an der Stelle, ne? Wenn wir jetzt Anlock machen, vielleicht wieder dann verschoben, und dann ist die Stelle da weg. Okay, da holt jemand einen Stein. Da auch. Kriegen wir noch in der Runde, die noch abgebaut werden müssten. Ja, vielleicht machen wir das hier auch noch weg. Aber da müssen wir mal schauen. Gut. Hier unten ist unser Revier. Ja, da müsste noch was zugebaut werden. Da haben wir auch kein Holz, oder wie? Aber das können wir auch abbauen, eigentlich, ne? Da müssen wir abwarten. Ja. Oder erstmal ein Fleisch in der Ecke. Kriegen wir aber auch noch hin, ob mir hier ist was runtergefallen. Äh, ja. Wo liegt das jetzt? Gute Frage, ne? Gehen wir da mal zurück, suchen das aus, und Machen die zwei neu, oder? Klappt das? Weiß ich nicht. Vielleicht kommt da schon der erste, ne? Also, die schweben da, okay, das heißt, wir müssen da so ein Teil hinbauen, damit die da erstmal hinkommen, ne? Weiß aber nicht, ob wir das jetzt so dahin gehen, weil, äh, ne? Gut, das ist schon mal weg. Dann können wir den Scarfold dahin machen. Mal gucken, was passiert. Das ist da eigentlich irgendwie funktionieren, ne? Ach so, hm. Geht nicht, müssen wir nämlich auch wieder die Reihe wegnehmen, weil wir die andere Reihe ja noch nicht haben, hier, ne? Mach das nochmal weg. Und dann machen wir das so. Mal das Schiff-Taste nicht gedrückt. Und so. Sollte dann gehen. Äh, hoch. Kommen sie von da hinten, oder? Ja. Ja, das Lager ist zu. Ne, ist nicht zu, so. Ist offen. Können wir einen Tacken schneller machen, fällt mir gerade auf. Oh, Happiness ist ganz runtergegangen. Das liegt aber wahrscheinlich daran, dass die hier unten noch ein paar Grabstätten gemacht haben, oder? Okay, wenn die da unten sind, können wir die Happiness natürlich nicht steigern. Da unten die fünf haben wir weggemacht. Ja, dauert ja auch nicht ewig, bis das hier erledigt ist, oder? Wir können aber noch ein paar Kisten hinstellen, ne? Ist ja jetzt was frei geworden, muss ja schon ein paar Sachen abgeräumt haben. Da fehlt nur einer. Da ist jetzt alles gut, denke ich. So, er baut da noch ab. Ja. Da fehlt ein bisschen Licht, aber dann ist alles gut, oder? So, Steine holen, ne? Und abbauen. Passt alles. Ja. Der Hahn kräht wieder. Hatten wir ja zugemacht. Deko ist überall da. Ist auch die Happiness. Die ist jetzt auf 18 hochgegangen. So, die letzten 5, 4, 3, 2, 1, Fölz noch. Aber den letzten macht keiner, okay? War auch schöner. Ich glaube, da können wir mal den Stein wegmachen und machen da eine Kerze hin. Gut, passt. Shift, dass ich nicht drücke will. Dann können wir hier auch noch eine setzen. Passt das auch. Ja, da müsste eine Reihe weg, um dass das auch passt. Mache ich jetzt aber nicht. Damit es weiter vorangehen kann hier erstmal. So. Jetzt laufen sie eigentlich nur zum Stein und holen da runter. Und dann eigentlich nie mehr, ne? Mit dem Apfelkuchenrad gemacht, irgendwo. Ja, die sind am Essen machen. Wie sieht es hier aus? Da müssten ein paar Steine gemacht werden, wenn wir das hier zukriegen. Das ist aber gerade nicht interessant. Wie sieht es mit Essen aus? Da. Brote, 5. Äpfel, 2. Bären, 0. Okay, dann sollen wir nochmal Bären und Äpfel abernten. Hier und... Da. Jetzt kommen wir noch keiner. Zwei schlafen. Der erste kommt, glaube ich, oder? Ne, der ist... Ne, der ist bereit, da was zu machen. Da wird gebaut. Aber wo ist das? Da hat einer Holz gerade eben gemacht, oder? Oder ist er irgendwo hingebracht? Ich weiß aber nicht wirklich wo. Vielleicht hier? Könnte sein. Ja, müssen wir beobachten, wo der gerade was gemacht hat. Oh, hier wird Holz gefällt. Okay, vielleicht kann man das sehen. Diese Person ist aber müde und geht schlafen. Richtig? Da macht jemand was aus Eisen, oder? Das Holz ist auch gerade abgeholt worden. Müssen wir drauf achten, was da passiert. Aber... Ist gerade keiner in der Nähe, ne? Ist einer jemand gestorben irgendwo? Schade. Jasmin Malweising, oder so ähnlich, ist dort oben verhungert. Gut geklappt wieder, ne? Okay, da kommen wir nicht hoch. Ja, doof. Ganz doof. Da riecht's nicht gut. Jetzt bräuchte man noch jemanden, der das macht, ne? Der das baut. Okay, der wird geerntet. Hier ist noch gar nicht geerntet worden. Auch interessant. 15 von 20. Da werden Äpfel gepflückt. Ja. 15er Happiness. Da haben wir auch schon mehr. Tja. Helden haben wir immer noch drei. Drei Kammer um was. Da wurde eine rote Kugel geholt. Spider Red. Da wird irgendwas rausgebastelt. Die Person ist auch nicht die schnellste. Da müsste auch mal schlafen gehen, ne? Und wo geht die jetzt hin dann? In den Keller. Noch weiter in den Keller. Und dann da lang. Wird dann wahrscheinlich der unten gleich irgendwo sterben. Wegen Übermüdung. Sieht stark danach aus, ne? Wird immer langsamer. Das sieht nicht gut aus. Wo läuft die Person denn hin? Tja. Die kommen nicht mehr nach oben. Das war's wohl. Ja, da werden wir gleich den Tod miterleben hier. Holt hier wahrscheinlich was weg. Den oder den. Würde ich jetzt mal vermuten. Mal Glück haben. Wenn die Person das genommen hat, wird sie wieder schneller. Das könnte sein. Dem ist aber nicht so. Und dann waren es gleich nur noch neun. Würde ich sagen. Das sieht nicht gut aus, ne? Ja, ich will auch gar nicht jetzt da die Zeit zugucken. Werden nachher sehen, wie es ist. Wenn es da nur noch neun stehen, dann wissen wir es. So, was passiert hier? Äpfel gepflückt? Ja. Sonst. Da bin es 14 von 20. Essen ist schwierig. Salz aus. Kein Brot. 20 Äpfel. Neun Kitzig Birn. So. War ich hier langgegangen irgendwo. Lebt die Person noch? Ich glaube nicht, oder? Da läuft sie noch, doch. Sie lebt noch. Ja. Sonst kann es ja rum rein. Arthur ist das. Arthur Simmel. Wo ist die Treppe? Hier. Arthur da noch hinschafft? Komm Arthur, beeil dich. Na, wir zählen noch was. Wir könnten hier noch ein bisschen was abbauen, ne? Das Kupfer und das auch. Arthur hat auf jeden Fall bis zur Treppe geschafft. Und läuft jetzt hier lang. Auf jeden Fall stirbt er, wenn nicht unten, sondern hier oben. Wie wir es gerade mitbekommen haben. Und das ist aber besser, wie wenn es da unten ist. Und sonst läuft der Nässel nämlich da runter und stirbt. 17. Und wird auch schon beerdigt, zum Glück. Ja. Das will man machen, ne? Ich sehe, was passiert. Nein. Hier passiert aber auch nichts. Und. 16 von 20. Guck mal. 20 ist schon das niedrigste wahrscheinlich, ne? Geht gerade runter mit 15. 15. Ja, 14. Gut. Ein bisschen sind wir weitergekommen im Lebenssinn, aber auch nicht wirklich. Wir haben unten ein bisschen abgeräumt. Hier versuchen wir noch weiter aufzubauen mit dem Holz, aber das funktioniert auch nicht. Ja, und dann beobachtet, wie einer langsam stirbt. Betreide wird jetzt wieder mehr abgebaut. Happiness ist 14. Gut, dann würde ich aber erstmal sagen, soll es wieder für die Folge reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Bazioni interessungsvollvollvollvollvollvollvollvollvollvollvolle Sousa. Vielen Dank.